hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir es freut mich wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja ich hoffe ihr seid erstmal grundsätzlich unverletzt gut ins neue jahr gerutscht und natürlich auch gut heute gestartet auch in diesem jahr werde ich natürlich weiterhin täglich versuchen content für euch zu publizieren zu veröffentlichen und wenn ihr zukünftig keine videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr direkt erst mal ein abo da lassen wenn ihr wollt so wir gucken uns heute auch wieder einige interessante themen an zum einen gucken wir uns einen artikel von zdf heute an die sich zu dem thema digitalwährungen im jahr 2018 auseinandergesetzt haben und die das thema bitcoin im rausch der tiefe quasi zusammengefasst haben außerdem gucken wir uns die halving theorie an die prognostiziert dass der bitcoin kurs bis zum jahr 2023 auf über 333.000 dollar ansteigen könnte und zu guter letzt gucken wir uns noch eine diskussion zwischen dem ist ihrem mitgründer vitalik an und einem bitcoin supporter und so wir gucken uns wie schon angekündigt das allererste thema an und da geht es um einen artikel vom zdf und wir haben in der vergangenheit ja häufiger mitbekommen dass sich die öffentlich rechtlichen oder grundsätzlich journalisten er so ja nur in eine seite oder mit einer seite der kryptowährungen oder der medaille sich damit auseinandersetzen das bedeutet also dass sie entweder sehr sehr negativ berichten oder teilweise auch positiv obwohl ich positive nachrichten eher weniger miterlebt habe in den letzten monaten und das zdf hat sich jetzt mit dem thema auch mal beschäftigt und hat hier so ein bisschen das ganze aufgebröselt hat natürlich grundsätzlich darüber geschrieben was dann so passiert sei dass es milliardäre und millionäre gab die dadurch dass sie in den bitcoin investiert haben entstanden sind und das ist natürlich grundsätzlich erst mal richtig wenn man den richtigen zeitpunkt hatte zu dem man in den markt gestoßen ist dann haben wir das thema die blase ist geplatzt da jetzt natürlich noch mal um das jahr 2017 dezember um genau zu sein dort hatten wir den höchstwert von insgesamt 20.000 dollar pro bitcoin und der wert ist ja dann deutlich zurückgegangen und ja bis auf knapp 3000 dollar dann gefallen was also über 80 prozent des wertes einbüßen musste beziehungsweise bitcoin ist einfach ordentlich zusammengesackt und jetzt ist es natürlich so dass wir jetzt so ein bisschen wieder den markt aufbauen konnten das heißt also auch dass sich der preis wieder ein bisschen besser entwickelt hat und ja wir sind so knapp vor 4000 dollar wieder unterwegs und dann gibt es natürlich hier auch die eine oder andere aussage hier geht es zum beispiel um henrik leber ein form manager von der vermögensverwaltung akartis die der sich dazu hinreißen lassen hat darüber zu sprechen was er dann so denkt und er geht ganz klar davon aus dass es den bitcoin nur aufgrund von angebot und nachfrage gibt beziehungsweise dass er nur darauf basiert und er glaubt aber auch dass der wert in der zukunft wieder steigen kann da bitcoin ja wirklich ein fälschungssicheres werkzeug ist oder letztendlich nicht der bitcoin sondern die blockchain die dahinter liegt und da haben wir natürlich auch die möglichkeit landesübergreifend sehr sehr einfach transaktionen durchzuführen und die sind natürlich deutlich schneller als wenn ich über ein konto geld von a nach b verschicken würde weil ich immer eine zentralbank dazwischen habe die diese transaktion erst noch prüft außerdem haben wir natürlich ein weiteres argument und also ein weiteres gutes argument das muss man ganz klar sagen ist natürlich dass es keine inflationen geben kann in zukunft das heißt also wir haben eine stückzahl von insgesamt 21 millionen bitcoins die zu einem zukünftigen zeitpunkt dann irgendwann gemeint wurden und dann gibt es keine möglichkeit mehr zu erschaffen das einzige was natürlich gehen würde wäre den bitcoin zu forken würde aber bedeuten dass der bitcoin in der aktuellen fassung ja bleiben würde und das ist nur eine abspaltung des bitcoins geben würde und dann hätte man vielleicht die möglichkeit wieder mehr bitcoins oder bitcoin classic oder keine ahnung wie dann dieser fork sich nennen würde da würde man natürlich dann wieder mehr theoretisch meinen können aber es gibt halt keine notenbank oder sowas die einfach sagt naja ich produziere hier einfach noch mal eine milliarde bitcoins mehr das funktioniert natürlich nicht das bedeutet definitiv dass wir hier keine inflation in zukunft haben werden und dann geht es weiter und ja grundsätzlich sprechen die leute darüber über vergleiche zwischen dem internet boom und so weiter diese euphorie die es auch dort gab und dass da nur die eine oder andere firma aus diesem aus diesem hype dann crash dann erst entstanden ist beziehungsweise überlebt hat und das waren halt wirklich sehr sehr wenige das würde ich auch wieder so ein bisschen verglichen man spricht darüber dass der bitcoin vielleicht in zukunft einer dieser coins sein wird der auch zukünftig überleben kann es kann aber auch andere geben und man muss hier so ein bisschen bei den ganzen crypto assets die es so gibt auf dem markt streu vom weizen oder streu vom weizen trennen das ist nicht einfach wenn man die sachen nicht versteht deswegen würde ich jedem erst mal raten die white paper zu lesen um die sachen überhaupt zu verstehen bevor man irgendwas investiert also man sollte hier weniger blind den anderen hinterher laufen sondern vielmehr sich mit den themen auseinandersetzen und erst mal verstehen was das ganze tatsächlich ist und wie es funktioniert und ja letztendlich und da sind sich glaube ich alle einig gibt es die blockchain technologie die auch in zukunft bestehen wird es gibt unheimlich viele unternehmen die sich mit dem thema der blockchain auseinandersetzen weil sie einfach zukunftsweisend ist sie versuchen das thema blockchain zu adaptieren und in ihre eigenen ja quasi technologischen fortschritte und so weiter mit rein zu bringen wirklich interessanter schritt und ich glaube auch dass der bitcoin zum jetzigen zeitpunkt nicht tot gesagt werden kann ich glaube der bitcoin wird auch in den nächsten jahren wieder ordentlich an fahrt aufnehmen und darauf bin ich sehr sehr gespannt das ist so mein gefühl dahinter ich beobachte den markt jetzt auch schon einige monate einige jahre und habe nachdem wir dieses hoch und so weiter hatten schon das eine oder andere daraus glaube ich lernen können und ich glaube 2020 beziehungsweise 2021 wenn wir sicherlich da noch einige sehr interessante verhaltensweisen sehen als zweites thema haben hier die halving theorie da geht es darum dass der bitcoin kurs theoretisch auf insgesamt 33.000 dollar bis zum jahr 2023 steigen könnte hier geht es natürlich einmal wieder um aussagen von zb john mcgaffey der sich ja quasi sein bestes stück war ja verwetten lassen hat indem er gesagt hat dass bis 2020 der bitcoin bei einer million dollar stein oder stehen soll was natürlich enorm hoch ist und ja es gibt so die ein oder andere aussage hier wieder das heißt also von verschiedenen persönlichkeiten die sich mit dem zyklus und so weiter auseinandersetzen hier haben wir zum beispiel auch eine sehr interessante grafik auf der quasi die zyklen der vergangenheit so ein bisschen aufgebröselt wurden und man geht davon aus dass wir in dem aktuellen jahr 2019 bis 2500 beziehungsweise 3100 dollar fallen könnte und das ist nach dem nächsten halving also quasi der nächsten halbierung eine neue kurs rally haben werden ob das tatsächlich der wahrheit entspricht ist natürlich wieder fragwürdig niemand kann in die zukunft gucken und niemand kann irgendwelche versprechungen äußern aber es wäre natürlich fantastisch und wirklich positiv wenn wir über 300.000 dollar oder über 100.000 dollar schon an an preis quasi mit bitcoin irgendwann feststellen würden das wäre enorm und ja was natürlich ganz klar ist ist in dem moment wo der preis runter geht für den bitcoin verlieren natürlich die einen geld die anderen haben aber die möglichkeit in den markt günstiger einzusteigen und es gibt dann halt auch noch mal einige katalysatoren die hier genannt werden und hier geht es natürlich um ja verschiedene unternehmen und big player die in den markt kommen back to fidelity der etf der vielleicht irgendwann durchgewunken wird und so weiter also viele verschiedene die sich mit dem thema auseinandersetzen dann natürlich das skalierungs problem das hier durch das lightning network gelöst wurde und natürlich auch die mainstream medien die sich mit dem thema wieder auseinandersetzen und ja also wir sehen hier definitiv einige sehr interessante hürden die wir in der zukunft haben werden aber ich glaube auch dass wir wenn wir die meisten hürden überwinden dass wir langfristig wenn die ja finanzmärkte tatsächlich wieder bröckeln sollten wie es von einigen prognostiziert wird dass wir dann zu irgendeinem zeitpunkt deutliche anstiege wieder sehen werden und deswegen ist glaube ich hodeln einfach die beste und einfachste variante falls man schon im markt ist zu guter letzt gucken wir uns noch ganz kurz ein ja wie soll man das sagen schlagabtausch zwischen dem ethereum mitgründer vitalik butterin und dem zyniker tour dem star an die sich auf twitter so ein bisschen gebieft haben und zwar geht es hier um einen 50 teiligen twitter thread den tour aufgemacht hat indem er den also grundsätzlich ist hier um kritisiert und die zugrunde liegende architektur und kultur in frage stellt und so weiter und so fort das ganze als wissenschaftsexperiment darstellt also das heißt hier gibt es schon einige ordentliche kritiken und ethereum so als yahoo unserer zeit quasi darstellt das heißt also schon sehr sehr herzieht über den über ethereum im allgemeinen und das was vitalik butterin natürlich dann gemacht hat im nächsten schritt ist diese ganzen dinge langsam aber sicher auseinander zu nehmen das heißt also sich mit dem thema auseinander zu setzen ihm tatsächlich auch zu antworten und das auf einer relativ entspannten art und weise ohne jetzt irgendwie beleidigend oder sowas zu werden was schon mal sehr für ihn spricht man hätte sich auch anders verhalten können und ja lässt sich das natürlich auch nicht nehmen die sachen zu widerlegen er sagt natürlich auch dass die ganzen blockchain projekte die zum jetzigen zeitpunkt existieren alle quasi noch prototypen sind wir haben noch keine hundertjährige erfahrung mit diesen ganzen themen alles ist in der entwicklung alles schreitet voran und ich glaube kein coin kann sich zum jetzigen zeitpunkt als absoluter wertschöpfen das fertiges produkt irgendwie darstellen ich glaube dass das einfach von weit gefehlt und deswegen finde ich diese argumente auch sehr sehr gut und er hat natürlich auch ja grundsätzlich über die fortschritte gesprochen über die community die ganzen planungen die in der zukunft anstehen und so weiter um hier ja einfach aufzuzeigen dass sich tool hier so ein bisschen verschätzt hat grundsätzlich ein sehr interessanter schlagabtausch den ihr euch hier noch mal in ruhe angucken könnt ich habe natürlich die artikel auch wieder unten in der video beschreibung und ja ich hoffe euch hat dieses kurze und informative video heute gefallen falls es so war würde ich mich riesig über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt solltet ihr direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen uns die tage wieder tschau tschau